Ja, wunderschön, wie die Schneeflocken hier so hin und her fallen. Sieht natürlich echt traumhaft aus. Wir befinden uns immer noch auf dem Display vom Tablet. So, und da fliegen auch schon die ersten Schneeflocken durch mich durch. Das Coole daran ist, wir haben einen Lagesensor drin. Und zwar sieht man das hier nicht so richtig von der Kamera aus, weil wenn ich jetzt hier oben unter Einstellung mal reingehe, kann ich euch das mal zeigen. Man kann also die Version laden, die ich jetzt habe. Snow Stars Free heißt die als Live Wallpaper und kostet euch keinen Cent. Ihr habt hier den Geschwindigkeitssensor und der wird natürlich dafür übernommen. Und ich kann mir hier noch weitere schöne Sachen angucken. Wir waren ja eben im blauen Modus drin und jetzt sind wir im Christmas Modus drin mit Weihnachtskugeln und so weiter und so fort. Und der Touchscreen an sich richtet jetzt noch nicht viel aus. Wir legen es mal direkt als Hintergrund fest. So, und wenn man jetzt hin und her scrollt, passiert auch noch nichts weiter. Aber sobald ich... Mal sehen, kann man das sehen? Nein, man sieht das nicht. Doch jetzt... Hier. Könnt ihr das sehen? Ich wackele ab und zu und wenn ich es wieder stillhalte, dann wackelt hinten alles mit. Und hier. Also ihr seht, ich mache jetzt hoch, ich mache runter und nach rechts und es wackelt immer im Bildschirm mit. Das heißt, der Geschwindigkeitssensor, der Achsenvermesser, arbeitet die ganze Zeit dabei. Dann können wir auch nochmal direkt hinzugehen zu Live-Hintergründen. Die Version kostet auch um den Euro herum kein Problem, wenn man natürlich die kostenlose Version nur haben möchte und sagt, Mensch, die reicht doch vollkommen aus. Kein Problem. Dann bewertet den Typen auf jeden Fall positiv, weil ich muss sagen, das gefällt mir wirklich sehr gut und ist eine nette Spielerei. Und dann machen wir auch direkt mal das hier als Hintergrund fest. Und die Schneeflocken sind doch eine Sache für sich. Und schade, dass man nur einen Live-Hintergrund haben kann. Besser wäre es natürlich, wenn man vielleicht einen Live-Hintergrund auf jedem einzelnen Bildschirm hat. So wie Rechenleistung hat aber bisher noch kein Handy. Und das wäre ja auch totaler Quatsch, wenn ihr immer hin und her zappen würdet. Aber so an sich ist es eine schöne Sache. Sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr kombinieren. Und dann lassen wir es doch einfach ausklingen. Und ich wünsche euch ein gesegnetes, vielleicht auch weißes Weihnachtsfest. Lasst euch reich beschenken. Und wir sehen uns demnächst wieder bei dem nächsten App-Review. Auf Wiedersehen.